So, okay. Weiter geht's mit Let's Play My Craft. Ja, ich bin jetzt zu Tieren, aber nicht zu scharfen, weil die mein Gras fressen. Ja. Und das seh ich nicht ein, dass die das machen. Ja gut. Das ist schon wieder dunkel draußen. So. Okay. Heute geht die auf den Sack. Ich muss einen anderen Ton nehmen, der leiser ist. So. Okay. So, dann haben wir schon mal die Dachdecke fertig. So, da geht auch ein paar Zimmer rein. Ich glaube schon, jetzt sind wir mal hier. Ich glaube noch. Ich glaube durchaus noch jetzt. Ach, ich sehe ja jetzt. Dann machen wir hier, wo die heißen Blöcke sind. So. Ja, Drogenbaron, ich höre nicht. Du hast all meine Leid und all mein Herz. Ich versuche, dass du wälder und wälder bist. So gut. Okay. Okay. Dann wollen wir mal das Glas nehmen und Fensterchen bauen. Lassen wir den Pilz dich nehmen und... Dann wollen wir mal das Glas nehmen. Aber durch das Mitlaufen lernt man das und trittet. Ich glaube. Man sieht die Anzeige. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da mal... ... ... ... ... ... Es gibt mir nicht viel zum Reden, aber ja. So. Wir wollen ja so wenig Glas wie möglich verbauen. Also Fallschirmboden. So, dann haben wir gleich. Dann können wir uns ein Lager erbauen. Das wird eh nicht. Es sind nämlich nicht so feuer. So. 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 Okay. So. 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 Die Klasse ist immer hier drin, weil das wichtig ist. So, gut. Den Kürbis kann man nämlich Samen machen, den Teppich legen wir irgendwo aus, den Teppich legen wir hier aus. Meine dicke Blei! So, okay. Ob wir das auch noch rauslegen, ob wir das... Hammer ist sowieso wieder scheiß Volley. Nee. Ich habe es gerne. Ich komme hier mit drin. Das bräut mir noch Holz für ein paar Türen. Ich habe kein Holz mehr. Was ich bitte doch nehmen. Hä? Hä? Okay. So, okay. Zwei Türen zu viel. Zwei Türen zu viel. Ja. Hä? Ich habe noch mal eine Eisenspitzhacke. Oh. Oh. Okay. So, dann der Asi guckt mir gerade zu und soll er ruhig machen, er sagt nur wie ich davon und da kommen die Zombies. So, jetzt brauche ich nur noch Cleanstone. Vor allem mache ich mich auch hier in der Steinspitze, aber ich zeig jetzt nicht mit bei. Sehen die gerade der Weihnachtslieder? Happy Birthday to you, Basti! Achso. Nee. Zuerst mal Stäbe machen und dann Spitzhacken und Äxte. Jut. Und dann... Warte, ist ein Bergungskompass. Das muss ich mal nachschlagen. Bergungskompass. Basti. Aha! Basti. 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 Basti.